André Schwabl für 83 Rest, mit Möglichkeit 1 zu 50 für Jürgen Heißenberger, jetzt Doppel 9. Und trifft. Also, ich muss ja alles zurücknehmen, was ich sage, aber für mich ist der André Schwabl nach wie vor der große Favorit in diesem Spiel. Das ist ja nicht ganz. Jetzt Doppel 8. Doppel 4. Ja. Und die trifft da. 1 zu 1. Aber er lässt sich die Möglichkeit nicht. Da ist das 2 zu 1 für Jürgen Heißenberger. 27 jetzt. Okay, 24. Untercheck. Mit 18. Der, was er reist. Der, was er reist. Der, was er reist. Der, was er reist. So ist es. So ist es. 180 Punkte von André Schwabl. Das Bild. Natürlich wird es nicht ausgemacht. So ist es. Jetzt zu entschuldigen. Das ist eine wichtige und schnelle Phase. Ich denke, das war jetzt der Check. Ja. Und André Schwabl. Hatte 44 Punkte. Jetzt durchgemacht. 3 zu 2 in Führung. 20 Rest. Jürgen Heißenberger kann zum Desider ausgleichen. Leider ein bisschen drunter. Jetzt knapp drüber. Und drin ist er. Und drin ist er. Also, wir sehen einen Desider. 3 zu 3 und Jürgen Heißenberger hat jetzt da den Vorteil, das in Desider beginnen zu dürfen, weil er den Pull-Up gewonnen hat. Für André Schwabl. Zug in die nächste Runde. Und der macht's doch noch. Also, diese Partie. Ich kann jetzt nicht sagen, dass sie hochklassig war, aber sie war verdammt spannend. Unglaublich. Unglaublich. 4 zu 3. Ja. Wirklich gutes Match. Da haben sie nur bei den Doppeln das ganze Match entschieden. Ja. Absolut. In jedem Leck nur auf die Doppel. Und ich sag das, der André Schwabl ist jetzt wirklich mit viel Klick weitergekommen. Weil die waren echt, also Jürgen hat super gespielt. Aber das sind dann oft die Dinge, wo dann wer ganz weit kommt, ja. Wenn du so eine Partie gewinnst. Ehrlich gesagt. Da. Wir werden den André Schwabl auf jeden Fall noch in der nächsten Partie sehen. Und ich bin neugierig, was er uns dann sagen wird. Ich weiß, dass er es viel besser kann. Und der Jürgen hat super gespielt. Also 4 zu 3. Sehr, sehr gutes Match. Mehr für alle. Und dann mit der Jürgen hat es einen Plan.